Dann ist jetzt der Easy Mode dran. Jetzt noch? Natürlich. Gut, von mir aus. Das packst du. Ja klar, das kann ich wieder, das ist ja nicht das Problem. Bloß, das wird uns noch anderthalb Stunden kosten. Das macht nix. Du kannst natürlich jetzt auch nur noch die drei Bosse machen und dann den Spielstand von gestern laden für die Wily Stages. Welche Bosse? Die drei, die jetzt noch gefehlt haben. Nein, kann ich ja nicht. Dann müsste ich die ja mit Buster machen. Ja, stimmt. Mann, bin ich dumm. Außer natürlich, ich mach vielleicht Solarman mit Buster, bei dem würde es noch gehen und dann die drei Bosse. Nee, ist unsinnig. Ja, find ich auch. Okay. Du kannst jetzt aufhören wieder mit der Kamera. Gerade geschehen. Oh, das ist doch nicht schon der Akku alle ist. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt lief. Glaub, sieben, acht Minuten oder so. So, und jetzt wird das Ganze mal etwas mit angezogenem Tempo gemacht. Ja, die Schrauben. Naja, angezogenes Tempo, wie man es nennt. Wobei, die brauche ich eigentlich gar nicht mal. Okay, in mancher Hinsicht ist Easy Mode, glaub ich, doch ein bisschen gechillter. Hier auf jeden Fall. Aber bei dem Boss, äh, wie war das? Auf den ersten Springen. Auf den ersten Springen, glaub ich. Den ersten Überspringen. Genau, den ersten Überspringen. Auf den zweiten drauf. Hier drauf und dann so. Und ausweichen. Genau. Drüber, drauf, Schuss und ausweichen. Ja. Drüber, drauf, Schuss und ausweichen. Musste nicht mehr. Drüber. Drüber. Drauf. Oh, fuck. Schuss. Fuck, ich muss hier was mehr ausdenken. Äh, ich darf jetzt nicht mehr auf den anderen da unten schießen. Ist mir grad so aufgefallen. Drüber. Drauf. Boah. Jetzt. Ha. So, und jetzt nochmal mein Lieblings- Oh. Warum immer an der Stelle eigentlich? Weil man hier mal Zeit hat. Und außerdem hab ich so in einem Speedrun-Video so gesehen. An der Stelle? Ja. So, jetzt muss ich überlegen, ähm, was kommen hier für Gegner? Oh, ja. Sehr schön. El Spino. El Spino. El Homo. Äh, pff. Schönen. Nein. Na, es ist Homers Name, wie El Barto. Ach so. Pass auf, dass du nicht... Ach nee, warte. Strike Man Stage war das jetzt, ja. Äh, an was ich grad gedacht hab. Ah, da kommt der durch. Hallo. Hier, guck mal, der leuchtet so, äh, blinkt sogar, wenn ich blinke. Äh, der, der Kopf, ja. Der Kopf, ja. Der Kopf, ja. Der Kopf der ganzen Rasselbande. Ha. Hm. So. Sicherheit salber, schießen wir mal vor, auch wenn da eigentlich nix kommt. Das Schöne ist ja hier, ja, den da oben könnte ich, glaub ich, sogar abschießen, wenn ich gut bin, um gleich nach oben zu kommen. So, gehen sowieso. Und jetzt, äh, Taktik, äh, Blade Man Easy Mode. Da muss ich ganz vorsichtig sein, dass ich nicht den gleichen... Der sprittet nicht auf dich zu. Ich muss auf ihn zugehen. Ich muss ihn als meinen Freund ansehen. Ich muss zu ihm wollen. Im Zweifel, der kann meine Taktik von vorhin... Obwohl, nee. Nimm einfach deine eigene. Hilfe, Hilfe. Hilfe. Da weg, genau, so. Hm, hm. Oh, verdammt. Oh, wacht. Naja, es sieht nur so aus bei dem, also, da passiert nix. Der springt immer dahin, wo du bist, nicht immer an die gleiche Stelle, oder? Genau. Nicht dahin, wo ich hin will, sondern da, wo ich bin. Okay. Oh, fuck. Boah. Aber mir ist gefallen, dass ich's falsch gemacht hab. Boah. Gut gegangen. Einen haben wir. Ich bin jetzt schon auf Chillman gespannt. Chillman wird da auch nicht viel einfacher, glaub ich. Doch, ein wenig. Ein wenig. Ein bisschen. Hoffen wir es. Ich denke, er wird nicht so viel schießen. Hier, so ein Pfitzelchen. Außerdem bist du durch die Stage schneller durch. Ich bin durch die Stage schneller durch. Richtig. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich begrüße Sie. Ich bin zwar nicht so gut. Entschuldigung. Sollen wir gerade einen neuen Pass anfangen, oder was? So ungefähr. So, safen wir mal auf Spielstand 8. Ach, 8. Das hat auch schon Tradition. Ja. Der ist schnell zu laden. Für den Fall, dass was ist. So, Stage Select, ja. Oh, ja. So viel Brain Lack hab ich schon. Ey, ich bin müde. Strieke, Mann. Oh Gott. Oh, es ist ja erst ein... Was erst? Halb zwei. Das geht ja noch. Ja, sag ich ja, deswegen. Oh. Zieh das durch. Also bis spätestens halb drei... Äh, bis spätestens drei sind wir durch, wenn ich bitte... Wenn. Du bist gut. Ich und gut. Das ist schon zehn nach sieben. Wir sind schon seit vier Stunden fertig. So langsam wird mir kalt, ehrlich gesagt. Ja, mir auch. Also ich mag auch schon, es ist nicht mehr ganz so warm. So, jetzt. Schrauben holen. Uh. Auch wenn ich sie hier weniger möglich hab. Ich krieg sie hier eher nachgeschmissen. So, hier da passiert mir ja nix. Kommt kein Ball angeflogen. Kommt kein Bällchen geflogen. Setz dich nicht auf meinen... Ups. Fuß. Vorsicht auf... Genau. Da wirst du gestern nämlich noch mal so gerne reingerumpelt. HALTE! Das war's. Hm. Mach mit Ruhe. Zeit. Ja, haben wir. Wollen wir uns ein wenig dann über die, äh... tolle... Strike-Man-Stage unterhalten? Nein. Die so toll ist? Nein. Diese sehr schöne Stage? Nein. Oder vielleicht über die Chill-Man-Stage? Nein. So lange. Unterhalten wir uns doch über die Commando-Man-Stage. Die Commando-Man-Stage? Da waren wir noch nicht. Die geht? Würde ich sagen. Die fand ich irgendwie immer schlimm. Ja, die ist auch eigentlich schlimm, aber... Aber die geht. Na, danke. Was denn? Was soll ich denn da zu sagen? Wenn du die nicht kannst. Ja, weil... Ja, weil... Ja. Ja. Und runter. Hat mir eigentlich vorhin noch mal jemand geantwortet hat auf meine SMS. Oh, häh? Was hast du? Hat mir vorhin eigentlich noch mal jemand geantwortet hat auf meine SMS. Du simst hier einfach während deiner Aufnahme, du K... Ey, da, 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 welch aber... Vorsicht! Wo? Na, wo? Ich hab nichts gesehen, wo ich hätte vorsichtig sein müssen. Ich hab dich nur vor dem Gegner gewarnt, vor dem, an den du gestern reingerundet bist. Ja,mals. Jetzt hab ich ne Idee gehabt für diesen, was ich da... So, geh mal da oben lang. Machen wir den noch fertig. Das ist gut. Ja. Mit der Waffe ist es... Gar nicht so schlecht. Das ist der... Aha. So, das ist der... Nächster? Der Chill Room, hätte ich fast gesagt. Der Skill Room. Das ist der Skill Room. Nein, das war... Es ist sofort der Skill Room. Dort ist es der... Raum. Jetzt ist es der... Der Chill Room. Der Billig Raum. So, hier ist auch billig. Du hörst ja die Musik nicht. Deswegen singe ich sie für dich. Nein, 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 nein. Ist alles klar. Ah. Gut. Na? Ja, es war gut. Muss ich so anerkennen. Ich erst. Hopp. So, meine Taktik hier ist anders. Ups. Na, geht doch. Einfach durchlaufen. Prost. Jo. Gut, und was wollen wir jetzt noch machen? Natürlich, wir... Fliegen. Wir cheaten. Wir cheaten. Oh Gott, ist das alt. Ist doch bestimmt schon 15 Jahre alt, oder? Zehn. Nein, so alt noch nicht. Zehn bestimmt. Also ist auf jeden Fall noch Stefan Raab. Nein. Aber Stefan Raab gibt es immer noch. Eben. Sehr gut. Einfach reinhauen. Was geht? Pack rein, was geht denn? Dann nimmst die Bombe, dann wuchs der Pissle-Pum-Pum und ne ist ja auch schon hier. Das würde ich aber auch mal sagen. So, wir hätten damit schon... Zwei. Zwei. Ich dachte, du mir was gesagt hast. Ah ne, stimmt nicht. Halb zwei. Naja. Bisschen nach. Es neigt sich drei Viertel zwei. Oder Viertel vor zwei. Oh mein Gott. Ja. Bloß nicht. Ja, das wäre ja ganz was anderes. Ähm. Oh, verdammt. Ich hab was vergessen. Was denn? Scheiß auf die Gitarre. Moment, ich wechsle gerade den Controller. Speicher bitte erst. Oh ja, stimmt. Sollte ich. Wollen wir mal sehen, wie es mit einer Guitar Hero Gitarre funktioniert. Oh wei. Welche ist die nächste? Cheatman. Ah, das dürfte gehen. So, äh, wo haben wir den... Da. Oh, ist das ein Kabelsalat hier. Ich weiß nicht, ob du vielleicht neu starten musst dafür, um die als Anser zu registrieren. Nein, ich glaub, das geht auch so. Ich wette. Das geht. Ich muss sagen... Ich hoffe, es geht. Guck mal mal. Wir werden sehen. Ja. Ansonsten kann ich ins Hauptmenü gehen. Ich glaub, von da aus kann man mit jedem beliebigen... Ist er drin? Nein. Oder? Ja, weiß ich nicht. Ist drin. Musst du fühlen. Okay. Okay, wir müssen auf jeden Fall mindestens ins Hauptmenü und das können wir ja. Hast du gesaved? Ja, hab ich. Gut. Aber ich bin jetzt nicht mehr sicher. Ah, das klappt. Du brauchst aber ein anderes Profil. Ja, das wird grad geblockt hier. Das ist noch angemeldet. Trotzdem noch. Musst du erst abmelden und wieder anmelden. Nee, doch nicht. Klappt. Gut. So. Sieh, ey, guck auf mich bitte. Ich hab ja noch gar nicht gefilmt. Oh mein Gott. Ähm, Laden. Ja, genau. So, welcher ist es? Nummer 8. Hey. Was denn das? Die, äh, danke, dass du mir, dass du mir die Preis auf den Preis zeigst. So, ich muss also dort gedrückt halten, damit es nach unten geht. Oh Mann. Ich komm schon so nicht klar. Ich kann nicht mal den Boss auswählen. In Richtung. Ich kann nicht mal den Boss auswählen.